Herzlich Willkommen bei Zocker-Andy Let's Play. Wir spielen heute State of Decay. Wo geh mal hin? Da ist etwas. Überwache den Handel. Gut, oder Locked Zombies mit Leermann oder Freundinnot. Also mach mal Freundinnot. Das ist wichtiger. Oh, es leckt irrsinnig. Jetzt geht's wieder. So, haben wir alles dabei? Alles, was wir brauchen. Und ab geht's. So, das ist eh nicht weit, oder? Oh, sollten wir schon ein Auto nehmen. Die Karre ist ein bisschen im Arsch, aber egal. Ich muss mal schauen kurz, was haben wir, was brauchen wir. Wir haben Medikamente am Haufen, Futter haben wir eigentlich auch. Munition brauchen wir, Baumaterialien brauchen wir. Munition und Baumaterialien. Das heißt, jetzt lassen wir uns gleich suchen von ihr. So, Baumaterialien. Alles klar. Ups, falsche Richtung. Ja, heute ist wieder Lecktag, so wie das hier aussieht. Das kann ja nicht sein. Ich bin unter 18 Frames hier teilweise. Funktioniert nicht so ganz, wie es soll heute. So, was machen wir hier? Freunde helfen. Wo ist er? Boah, das leckt so derbe, Leute. Nimm der gerade aus. Findet ihr den Vermissten? Ja, wo zum... Na, der wird da drüben sein, wer hier ist, er nicht. Schau mal da drüben, na. Sicher da drin. Das sind ein paar Gestörte. So, dann machen wir die mal platt. Ja, ja. Alles klar, mein Freund. What? Hoppala. Falscher Knopf. Was ist denn mit dir wieder? Oh, ist der extra hässlich. Das haben wir ordentlich aufgeräumt hier. Haben wir uns ein Päuschen verdient. Wir sind noch... Eins und ein Hässlicher ist noch da. Hinter mir ist auch einer, aber das ist mir jetzt egal. Wir schauen da jetzt rein einfach. Oh, geh rein. Wack nicht rum, geh rein. Anybody home? Hm. Sieht nicht... Ah, hier ist er. Sie. Oh, danke Gott. Komm, wir kommen hier raus. Ich bin hier. So, wo will die hin? Oh, zu uns nach Hause. Das ist doch praktisch. Hier sind unsere Karre. Haben wir, glaube ich, hier bestellt. Ja, egal. Steig einfach rein und wir verdünnisieren uns. Wow. Da haben wir ordentlich aufgeräumt. Zehn Frames, juhu. Da freut man sich doch. Ich sehe hier gar nichts mehr. Was ist denn da los? Ich glaube, ich muss noch mal rein raus. Das geht überhaupt nicht hier gerade. Eine neue Waffe wäre auch mal was Feines. So, die ist da. Was könnten wir denn hier mitnehmen? Das sieht gut aus. Das nehmen wir. Großen Rucksack hat er, glaube ich, eh, oder? Ja. So, als nächstes machen wir hier eine Zombeherde. Äh, was haben wir hier? Überwache den Handel. Und hier. Locket Zombies mit Leermann. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Mal schauen, was sich da ergibt. Fahr mal sowieso mit dem Auto hin. Was ist denn mit der los? Oh, wie das leckt, ey. Ich komme hier nicht mal durch die Tür. So. Wie will... Oh. So lecken, ey. Das ist schon ein Witz heute. Das läuft gerade nicht. Das leckt wie Sau. Ich habe durchschnittlich 16 Frames. Das kann nur ein Witz sein. Oh, wir müssen zurück. Hoppala. Da will ein Zombie was von uns. Oh, der hat Pech gehabt. Wir müssen nach links. Äh, nee, rechts, sorry. Oh, Mann, wie ich mich wieder verdrückte. Boah, was war das denn? Ich habe einen Jockey überfahren. Wie geil. Zum Spezialzombie so ein ekelhafter. So, jetzt schauen wir mal auf die Karte. Wir müssen... Wo sind wir denn zurück? Total falsch. Ey, wir sind total falsch. Aber sowas von falsch. Falscher kann man gar nicht sein. Ulti falsch. So, jetzt nehmen wir nach links. Haben wir mal gerade hier. Boah, wie kann er so lecken, ey. 16 Frames, juhu. Ready to go collect some explosives? Kill with me. Ich habe eine Idee. schau mal wo ist denn das sammle sprengstoff vom waffenlager gut dann machen wir mal einen umweg machen wir das zuerst ich fahr da einfach mal geradeaus jetzt sind die gebissen oder so das ist die abkürzung hier das ist die abkürzung hier fahren ab durch die wiese aus liegt lassen wir besser aus das muss man jetzt nicht unbedingt haben so hier muss man mitten durch den wald fahren dann geht es da aufs feld und drüber gezogen und da drüben müsste ich schon eine straße sein irgendwo so wie heute würden hier längst von mir sie nix so da drüben sollte wieder irgendwo eine kleine straße sein wo schauen wir noch mal auf die karte wo ich hier rum fahr links müssen wir links 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 gut aber so schlecht war es auch nicht die nehmen wir nur mit dir alle neune beim kegeln so jetzt leicht rechts weder und irgendwo da könnte langsam eine straße auftauchen hier ist sie sagen wir auch gleich links an was richtig ist so küsst meine autotür ich glaube dass der kopf weggefallen wie geil es läuft 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 kommen wir da vorbei oder nicht probieren muss ich glaube wenn dann auf der anderen seite schauen wir mal ob es hier geht ja es geht kein problem ein bisschen balancing dann haut es hin da durch da so da und jetzt suchen wir nach sprengstoff damit wir diese mauer sprengen können sind wir auch schon da zum bis irgendwo hier ist friedlich und stopp das sind solche wappler ich glaube die musik verteidigen jetzt oder so wer wer klopft da so blöd ist der zombie behindert so da müssen wir rein glaube ich oh scheiße 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 ich muss mal zur armee raus sie müssen das schnell erledigen dass ich was in die hand nehmen kann so hat wieder eine waffe ja was muss man sie machen wir geben nichts weiter müssen mit ihm reden oder wie da rein da rein vielleicht nee da geht es nicht rein grüßt soldat ja alles klar ja mit ihm muss man reden ok dann los da ist ein infektionsherd das fehlt dir im leben komm ich wieder nicht durch oh das sind ein arfen oh ne 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 das ist so dumm alle massenschlägerei hier mal zurück hier oh scheiße der liegt auf mir ich drücke 100 mal b hoffentlich wirkt das auch oh man die sind lästig ey die sind gescheit lästig oh sind die lästig ey ich drücke die ganze zeit rechte maustaste und er macht nix ey wozu soll ich mich verteidigen wenn sie es eh nicht machen das ist doch bullshit teilweise wieder immerhin haben wir die arme hier die hilft ausnahmsweise sind sie mal nützlich da kommt noch so ein arsch oh die sind anstrengend alter die sind anstrengend wo muss man jetzt hin die blieblich zum lagerhaus wo ist denn das das ist da drin denn ach du scheiße das ist da drin dummerweise genau im infektionsherd klasse dann geht mal voraus wieso soll ich immer ich voraus gehen aber das sind wieder ein haufen oh shit der hat irgendein gift jetzt wird es aber stressig so wir müssen da rein diesen infektionsherd da links müssen wir rüber rüber es hilft nix ich glaub die gehen mir eh nach die typen aber warum soll ich immer vorgehen ey die können doch auch vorlatschen kommen wir hier rein mit sicherheit nicht hier kann man aber sicher rein oder ne kann man auch nicht scheiße geht's denn da rein vielleicht drumherum ey wie kommt man da rein naja müssen wir rüberschauen so vielleicht da rauf oh da ist ein dicker wieder oh die waffe die hat was ach du scheiße alter der hält was aus ey der arsch kommt von hinten kommt der da rauf so ein saugsicht so jetzt gehen wir runter und helfen denen wow wieder so ein fetter 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 ein fetter ein specki oh scheiße mach dir den dicken wieso ich ist der tot ja so dann gehen wir da rein und machen den rest alle wir machen wieder mal nen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy let's play tschüss bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.